es wird so ruhig hier haben es damals irgendwo da hier müssen wir hin da müssen wir uns da abseilen ob seien ich hab dich ich mache ich kann nur klettern ein bisschen zu spät gesehen ja das sind noch mehr also weg ich fühle mich wie donkey kong ich brauche hier hilfe kommen sie so schnell wie möglich kisten hätte ich mal mehrere kisten ich habe mich auf dich ich habe wärmesuche jetzt ehrlich gesagt ziemlich praktisch hier wenn man dann bedenkt wie dunkel dieses spiel ist wir sind alle toten mit seiner ich habe keine ahnung wo ich muss aber egal wenn ich wüsste wo du bist da besser ich sehe auf der seite niemanden da haben wir den kisten ich habe die kiste im body check gegeben wie ein richtiger button ich kann diesen job jetzt ja nicht mehr sagen weil du nicht als helena spielst ich habe eine türe von wo weiß nicht zu sehen müssen ich sehe ich sehe dich ich sehe mich auch ja da kommen welche ein gesicht verstanden machen uns von herz wie auf den weg um zu helfen aber runter und jetzt mein fuß in dein gesicht ein wunderbares paar noch mal eine schlange weil mich ja ich bin chris redfield und ich brauche meine zeit auf schütze da oben fliegen noch das sind ganz viele fliegende oh mein gott man je meine angst aber schon fast da ja keine angst alter sie also man sie sind schon fast da schließen wir noch einer wir sind da noch gesehen da oben war noch einer auf dem dach gewesen habe ich gehört den habe ich aber hier kommt chris redfield sie müssen zu dem pikas ja wir müssen immer noch einen rollen flasch vorbereiten passt nicht durch die tür diese tür ist nicht bereit genug für uns beide johann alpha team sie haben sie kann fast erreicht alles klar wir kommen mit ungefähr aber wer wie wo wo da hinten da hinten da so stirbt meine waffe hinter gesicht ich glaube ich geheilt danke ja aber so einige sich ins gesicht kommt der hin von afrika den ganzen weg hier rüber nach china ja wollte auch gerade diese kiste verstören jeden schuss nach wahren ich nutze alle tic tacs die ich gemacht habe drei stück aber wir können aber darüber ich habe ein gutes kauf gefunden die alle sterben die coolen sind zwölf millimeter hier sind fast brauchen wir bestimmt für wald aber es ist ja wenn ich dann einfach schlage mache ich machen jetzt bin ich runter gesprungen verdammt beim nächsten mal das 1 schade wir haben die gas erreicht bravo team wurde ausgesagt um bei der rettung zu helfen warten sie auf weitere befehle ich brauche eine pause noch nicht in frage ich bin chris redfield halten sie durch bis das bravo team ein schläft ich wollte darüber rutschen kapitel hallo ich bin über den ding gerutschen hat der eine mich geschlagen scheinwerfer wir wurden entdeckt wir sind genau über uns ich kann scheinwerfer nicht kommen waren neu auch weil die super in reitung nein keine verwandlung in schmetterling er ist nicht schön genug für den schmetterling das ist ja so schnell wie kann aber halten sie ihre stellung sie möchten ungefähr gemacht also wirklich gut lang für die scheiße war der nächste dreck ja man ganz schön vielleicht ja aber fünf schaden auch voll api dann war ich noch auf ein guter auf einmal aus der welt was jetzt so viel schreckliches zeug ich hole meine handgranaten raus ich habe davon aber belatten da ist ja einer 22 direkt bei noch einmal endlich endlich alles klar mit dem munition aus es war knapp auf deine rückseite weil ich ja auch gegangen mit mir darunter also warte moment jetzt mal erst mal jeden von tic tacs alles tot hier schneller ich hab dann alles hier auf komm herr bevor ich sie aufs baul geben ihre mission liegt vor auf der ersten und der siebten etage und verlassen sie das gebäude sobald alle teams raus sind die bombardierung gestartet retten sie die geiseln muss ich auch noch geiseln retten zum mitgang geisel halten moment mal dass wir keine zombies damit einfach das genick umgedreht obwohl dem show und den gedickts möbler geben mal sehen wie ein gedicktes wir planen auf die sprünge helft auch das sei davon unsere entschuldigung da wird der knarre kommt noch nicht so nach mich an ich sitze so viele leute ja ich will die anderen leute die geht da ich kann die ich muss ein bisschen mehr mit meiner store zu spielen wo kommst du in der der wiesen bastard und schmeiße ihn weg also die christophie ist ja noch lustiger als die leon story ich habe ja gerade so treppen gefunden ich glaube da müssen wir sind noch ein paar kinder stellen auch ganz ganz wie position wo ich so erzähl sagt wir sollen da unten nicht ich bin aber jetzt mal nach oben sind die treppen noch mal wo ist die treppen wo sich nicht da waren sie noch hier mein gott naja genau warte moment moment warum du kommst du dich nicht einfach diese taste ja genau sagt mir immer nur wenn ich hier lang gehen wir noch nach oben da kann man gar nicht die tue ist im weg nein jetzt noch weiter runter nimm das kiste vorsicht und ticke kiste fähigkeitspunkte das ist nur die kiste position problem ja 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 auch rotes kraut das bräuchte mann grün ist aber mir sind da noch fähigkeitspunkte nein jetzt sieht es gut aus mit der munition ja danach so gehen wir wieder zurück ich hoffe jetzt nichts mehr da muss aber gucken vielleicht bin wir ja eine waffe oder so ja und ich habe es da auf der anderen seite sich vergessen wir kommen dahin die standen da einfach so die haben mich nicht gemerkt die haben mich einfach recht nicht bemerkt mein fuß in den rücken hast du ja hast du auch etwa den legendären genick zwölbler gemacht ja aber von hinten der stadt einfach unser kleben stand direkt daneben hat nichts gemacht ja genau nicht die gegner unterscheiden überhaupt gerade allerdings noch viel kehrspunkte werde ich war was sagt ich denke an der wand da habe ich gar nicht so schnell erzielen mein scharf schützen runter da habe ich ballern wenn ich unsere kollegen die einfach schießen ja irgendwie weggeboxen da stand ein kollege von uns da nie die geiseln sind genau vor ihnen die anwesende feinde und ich hätte nein sagen kann angriff nein ein moment da ich irgendwo reise ich höre geil sein aber die geister müssen noch warten kisten kisten ja verstanden wir gehen wir blabier ich habe einfach gekrabbelt ich habe hier noch umschaut ich komme wo seid ihr gesagt ich habe ich habe sicherlich könnte auch so laufen es gibt land genannten und anfang an mein fuß in dein gesicht oh mein gott es sei ehrlich gesagt das hat bei mir getroffen wir müssen jetzt ausgerechnet spinnviecher sein ich stimme max keine spinnen müssen es ausgerechnet spielt die spinnen die spinnen überhaupt richtig ist ich gerade richtig dass ich neun blendgranaten habe nur die spieler einfach weggetreten wie ein fußball wo sich der leben ein oben ist er stockwerk nicht und ich kann mein ding nicht aktivieren wo ist der treppenhaus hier ich bin im treppenhaus ja ich bin da chef ist da sagt er schalte ich da sei mit der geisel vielleicht soll bleiben sie hier wo sie haben das gehört ist ja ich habe ihn ja einfach nicht meine frage sicher noch eine wirkliche jetzt gericht ja da gut als dass die eine weggetreten da wäre so mein reflex gewesen doch war spinne und aber direkt aus dem bildschirm gekippt so war schon wieder treppen ausfinden ein griff aber das ist nicht mehr wir nutzen gar kein wir benutzen kein handy anscheinend irgendwie so ein klub heraus das ist ja noch ein unter ich komme ich komme also okay da sind da sind da sind alle geiseln auf der 15. etage sind sicher verlasse jetzt das gebäude okay bleiben nur noch wir gut er steht was jetzt ich steige durch das dach helfen sie mir na das hoch mit dir warum bin ich immer der kletterer moment aber ich kann nicht hochziehen oh mein gott alles ok ja ja du stück nein nein da ich der service kann ich mitnehmen na nein ich kann nicht gut ich will auch darüber für den lot nur kann es nicht mit nicht schon voll ja ich glaube ja ich habe ich habe es eingesammelt irgendwas kannst du machen vor vor her vor vor her ja ja ich habe noch vier sachen oder so hallo ich meine leute aber natürlich müssen mich noch treffen irgendwie kann man sich ja an der in aber wir hat noch funktioniert weil sie nicht ja 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 dann vielleicht noch mal eine granate rein nächster schon wieder weggetreten ich wollte er wegfliegen nein spinnfähig von euch in kitz getreten ich habe schon wieder so viel schaden ja sie macht voll viel schaden das war deine faust ist mein gesicht das ist nicht die beste kopie ich habe keinen tag mehr oder kein kraut gefunden außer ein rotes ich habe gar nichts gefunden aber hier ist ein gutes kraut perfekt timing ausgezeichnet muss einfach nur beschweren aber da liegt ein erstes bei sich aufheben kann von deinem ort hier war ja ich bin da nicht rüber springen da weiß er noch ein paar kisten mit fähigkeitspunkten ich habe viel zu viele blind genaten wo seiten ja fähigkeitspunkte 2000 hier glaube ich nein ich habe runter keine sorge mal ehrlich ich hatte sie ich sehe gar nichts warum ist auch hier hallo lady ich glaube da war kurz davor die zu erledigen ganz weit man scharfschützen dinge laufen ja mein katzen hat den reflexen wir sind soldaten wir brauchen wir abbrechen auf der dritten etage ist die ausgang an der westseite des gebäudes befindet sich ein beigemann flug ein bisschen ja den baukman griff wieso sollte unsere wertschätzende hier lang hier lang wir haben ein zeitlimit das gebäude auf dem kopf gefällt ich habe mich ein bisschen verehrt fuß gegen tür wir sind aber doch ja ja hier bin ich glaube also wenn die leute aus dem weg ich kann ich konnte ich dachte in afrika wäre schon schlimm hier ist ja noch schlimmer aber aber ok ja okay das war was von dem kapitel dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann und ciao